Am Samstag gab es einen grausamen Fund im Machfeldkanal. Können Sie uns dazu die Details schildern? Samstag Nachmittag hat ein Angler einen menschlichen Überrest aus dem Machfeldkanal gezogen. Er hat umgehend die Polizei verständigt und aufgrund der derzeit unklaren Lage ist das Landeskriminalamt verständigt worden, das die weiteren Ermittlungen führt. Die Suche nach den weiteren Überresten war ja oder ist ja im Gange erfolglos. Sucht man da jetzt noch weiter oder wie wahrscheinlich ist es da noch was zu finden? Es hat dann umgehend eine Suche stattgefunden nach dem restlichen Körper. Der ist bislang erfolglos geblieben. Die Suche findet aber weiter statt und der menschliche Überrest, also das Leichenteil, ist der Gerichtsmedizin übergeben worden, wird obduziert und hier erhofft man sich weitere Erkenntnisse. Ja.